So, es geht wieder los und diesmal nehmen wir das Level, was ich gesagt habe, was absolut Horror ist. So lockt's ein dünnes Garn. Klick. Na, ihr seht schon, wie beschissen die Map aussieht, ne? Richtig, das ist eine 1-Pixel-Map. Na, nicht nur 1x1, sondern eben nur ein Schlauch und ich habe mehrere Basis-Stationen hier, glaube ich. Was steht denn hier tolles? Anfangs wurde angenommen, dass diese Ulgaren nicht grausam wären, sondern die Menschen einfach als Nahrung betrachten. Bis wir einen Blick in das bekamen, was sie mit ihrer Nahrung machen. Ah, 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 schlecht. Ja, aber es ist eine Falle, aber wir müssen weitermachen, bitte. Ja, genau. Und die Rino, ah, ja, hier sind die Rinos. Juhu, ich bin fröhlich, 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 dass wir den Rino hier bekommen. Ja, richtig geil. Mal gucken, ob ich eine Chance habe. Ich habe jetzt den Moorheimer bekommen. Da hilft nur, testen und gucken. Na, dann mal los. Ja, ähm, schön. Bewegt euch mal nach vorne. Ich brauche ich mir erstmal hier eine Basis-Station, äh, die Station. Ja, ja. Ja, die Station. Bewegt euch. Moor, es haut ab. Tut mir leid. Stopp, tatsächlich. Na, da ist noch eine in die Station, toll. Na, scheiße, jetzt könnt ihr die überhaupt eigentlich normal starten, ne. Los. Geht da hin und holt sich, das Ding. Toll, kann ich das Ding ja gleich wieder abballern, ne. Hallo. Na, wir bauen, äh, erstbein' was. Ah, ist da wie ein Idiot, das wieder da hinten abreißen, ey. Äh, äh, dumm. Toll. Scheiße, ey. Was macht ihr hier? Kommt ihr nicht vorbei, nur wegen diesen Scheißdingern hier. Na, jetzt muss ich meine eigene Legg-Station abballern. Ich hab mich ein bisschen mehr energetikiert hier. 25, 26, 30, 31. Ah, stirb. 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 Haha, ich hätte woher nachgucken soll. So, wir haben Luftabstellung. So, ob die kommt der an vorbei, Idioten. Luftabstellung entwickelt. Ein paar Foxes. Noch zwei Stück, phänomenal. Und mein... Du darfst die da losfliegen. Und deswegen... Man hat hier nicht wirklich viel Platz in der Map. Aber für den Rino, Marie, alles. Alles für den Rino, alles für den Rino. Mein Foxes und meine einzige Luftabstellung, die wir uns sehr wohl schon tun. Die haben schon aufgeballert. Schweine. Hat die nur drei Punkte. Naja, auch egal. 20 Prozent habe ich hier noch Ausschüttung gerade. Na, was kriegen wir toll? Das ist schon Rino. Dumm. Der kriegt jetzt schon den Rino. Ah, ist das dumm. Dann haben die ja gar keine Schotze. Warum? Ich zeige euch gleich mal, warum. Der Rino ist so scheiße. Scheiße, teuer, 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 teuer. Hallo. Ich mag keine Station, nicht. Ja, kaputt. Willkommen daheim. So, wir wollen ein Rino haben. Aber wir müssen uns mal sparen dafür. Das Scheißding kostet 1800, glaube ich, ne? 1800 kostet der nur? Au, das ist ja Schnäppchen. Dann bauen wir mal ein Rino, ich zeige euch, was das Ding gepowert. Go, Rino. Go, Rino. So, jetzt darf ich nicht die Falscht-Tasse drücken hier. Ja. Fahren wir mal erstmal. So, anvisieren. Und. Kamera. Go. Flieg und Sieg. Oh, falsche Richtung. Scheiße. Toll. Das war eine sehr schlechte Demonstration. Na, los geht's. Das war ja schön in die falsche Richtung gefeuert, ey, ich Idiot. Go. 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 Oh, stecken wir uns neben den Turm. Halt ran. So, und jetzt aber. Und Feuer. Hallo. Gegner, Gegner. Oh, ich glaub, die treff ich. Oder nicht. Komm ich hier uns soweit? Na, nicht ganz. Das heißt, wir müssen noch ein Sektor nach vorne. Ein Sektor nach vorne. Und? Boah, ja, ja, ja. Wir dürfen keinen anvisieren, der muss einfach nur geradeaus fliegen. Aber ich will nämlich die Energiestadt zu treffen von den Pedern. Na, was fliegt, fliegt. Oh, komm ich hin? Komm ich hin, oder? Na, verdammt, noch ein Sektor. So, ich fahre, ich such's mal so. Abfallenden Scheiß. Ihr bewegt euch mal bitte. Nein. Ihr. Bewegt euch bitte mal ein, zwei Sektoren nach vorne. Ah, Foxes. Naja, du ziehst dich zurück. Du gehörst mir. Du ziehst dich zurück, hab ich gesagt. Du gehörst mir. Ja, du bist mein. Ja. Sehr gut. Oh, Volltreibler. Na, was beide ist er da? Die Typen stehen im Weg. Na, sie muss hier durch. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Durch, durch. Ja, das ist die Station. Los, und jetzt da runter. Ja, die ist sehr gut. Steht im Weg. Noch ein Schuss. Ein Schuss hat drüber. Oh, bald kaputt. Und, no. Ah, nein, hier steht im Weg. Und, Energie, 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 Energie. Wir haben Faltberührung. Ah. Spiel im Weg, ey. Scheiße, ich hab' noch Panzer. Komm, na komm. Na go. Uh, ich glaube, es ist zu niedrig, das ist zu niedrig, das ist zu niedrig. Ein bisschen nach oben. Und weiter schieb. Ich muss diese scheiße Energiestation treppen. Los. Das Ding ist schon kaputt, wie du. Na, dann muss ich ein bisschen weiter nach links gehen. Na, nur ein Tick. So. Damit ich die Basisstation treffe. Ha, Basisstation. Da ist die. Hallo. Ja, treffe die jetzt. Man muss immer genau gucken. Ha, genau gucken. Das war bestimmt wieder, ja, voll daneben. Scheiße. Scheiße. Na toll, die haben es auch kaputt gemacht. Die schweine. Alles kaputt. Nein, Foxes. Rettet mich. Ja, da muss ich es mit dem was machen. War noch ein Warhammer? Ist er auch so teuer? Ich kann mir doch nichts leisten. Ich bin doch so hart. Das ist meine Verteidigung von drei, drei Foxes. Phänomenal, ne? Ich glaube, ich brauche mal Firefly und versuche, ob wir mal die Sektoren hier zu holen. Nein, Firefly, nicht die Richtung. Die andere Richtung. Gott, ey. Wie viele Sektoren gehört jetzt mir? Sechs, vier. Au, sieben Sektoren. Das ist ja toll. Sie haben zwei Sektoren. Meine Sektoren, meine Sektoren. 46, 51. Wäre mir doch egal. Hallo. Das geht bei euch so ab. Ach, denn hat die sich verbißt. Die Basisstation. Hat er sich verbißt? Hat er sich verbißt? Muss ich für den Warhammer haben? Hm, Firefly. Toll, warst du 100. Genau, 100. Ist gut. Das ist auch eine Runde Firefly. Ich brauche Sektoren. Boah, klebt dich am Rand links oder so. Keine Ahnung. Obst, der ballert nicht meine eigene Panzer kaputt, ey. Das machen die auch gerne. Nein, hoch ab. Na. Scheiße, wie, ey. Wenn man die nicht abholt, hat man keine Chance. 680 kostet, Mist, saui. Hm, 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 hm. Ich könnte heulen, ey. Panzerschrott, drohen wird Zürich geschlagen. Toll, Panzerschrott. Komm, gib mir den Warhammer. Komm, 680. Los. 540, 550. Die darf ich aber nicht kaputt gehen lassen, ey. Jetzt bin ich am Arsch. Die ist die andere, ey. Die ganzen Sektoren wieder zurück, die Penne, ey. Zum Glück ist meine Abwehrstellung schon gut, ey. Na, die Rums ist alles weg, ey. Ohne die will ich so am Arsch. 680 und... So, zieh dir die Warhammer rein in den Altar. Da ist das Ding. Hyperdyper schnell. Und mit Verfolgungsraketen. Also perfekt für die Typen hier. Da, perfekt der Union. Einfach nur einfach schießen und Trüstergeber. Ich trete heiße Zolle. Einfach vorbeifliegen. Einfach vorbeifliegen. Hyperion. Na, ich dachte, ich hätte nicht umdrehen sollen. Scheiße, ey. In was habe ich keine Chance, ey. Ey, 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 ey. Wir sind nie so, dass ich aufladen würde. Oh, ich glaube, die sind furchtbar wütend. Furchtbar wütend. Aber das sind nur diese billigen Dinger. Die haben keine Chance. Boah, hast du eigentlich die ganze Energie her, du Scheißpenner, ey? Ach, diese kleinen Glitzerviecher, die kriegen sie ja ohne Probleme tot. Hm, trotz, nee. Ich habe vergessen, dass ich mich da nicht umdrehen darf. Die kriegen sie nicht sofort, ey. Die sind so schnell, die scheiß ich ja. Ihr dachtet, die Mikonier wären schnell? Nee, die sind noch schneller. Viel, viel schneller. Klein Wixer, ey. Ich kann nur zugucken, ey. Zugucken, wie die meinen. Gut, ist die kaputt. Los, gibt die nochmal die Energie hier. Der braucht Energie. Und den bin ich am Arsch. Gowa Hammer, Gowa Hammer, Gowa Hammer. Fehler. Nicht genügend Energie. Auch gleich ist genügend Energie. Wir haben Zeit genommen. Ich versuche, nutze Energie statt hinzukommen. Und... Oh, hör mal. Komm, du geniales Ding, ey. Nicht stehenbleiben, nicht stehenbleiben, nicht stehenbleiben. Suschießen, suschießen. Oh, schluss. Hier, guter Abend. Ah, Gott, ey. Kann doch nicht angehen, dass die mich so schnell totkriegt, ey. Gerade nicht mehr für den Fairlight kann ich machen, ey. Ich brauche nur Sektor an, Sektor an. 36. Ja, genau. Sie sind genau an mich. Das ist ein Ausselbstmörder. Toll. Na, du Scheißstation. Wo bist du überhaupt? Nein, nein, da ist die Station. Da ist die Station. Hallo Station. Bööö. Hier muss ich Firefly-Angriff hier machen, oder was hier? Firefly, Firefly, du hast halt Firefly-Wacht. Ja, ja, lass mich zufrieden. Ich kippe euch auch mein eigenes Scheiß. Nein, lass mich zufrieden. Ich bin dann nur zur Basis-Station. Hallo. Toll. Ich komme ja weit hier. Und wieder ein einziger Firefly. Und wieder Angriff. Und bestimmt hätten die sich gleich wieder meine Kletten, ey. Shit, ey. Ich dachte, sie alle stirbt doch. Nein. 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 Na. Super. Einfach Schlüsse treffen und das war's dann. Das ist halt so nervig, ey. Oh, die haben das Ding kaputt gekriegt. Scheiße. Scheiße. Wie gar Scheiße. Riesenscheiße. Meine Verteidigung ist hin. Oh Gott, ey. Ein Schuss und die treffe ich sofort, ey. Was mache ich jetzt? Ich kann die Nix bauen. Äh, 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 äh. Oh, Wiesels. Die werden die ja wohl rein. Oh, Wiesel. Oh, Wiesel. Gott, ey. Ich hab keine Energie. Apropos Wiesel, dann schnapp ich mir nicht mehr ein. Hier haben wir doch nur Luftviecher haben die doch. Und mit einem super schnellen Panzer müsste das ja irgendwo klappen, ne? Auch wenn das super schwach ist, aber egal. Ja, deswegen kann ich das auch wieder zurückgehen. Aber auch immer. Das Spiel ist einfach zu viel für den. Ja, durch ihr... Ja, wir konnten mich nicht verfolgen, Scheißviecher. Ja, hier trifft ihr mich, trifft ihr mich? Wahrscheinlich. Ah, Gott, die treffen mich trotzdem, ey. Das kann doch nicht angehen, ey. Ich muss schon mal so, mit einem Fox hab ich schon keine Probleme gehabt, ey. Oder nicht viele. Jetzt heute noch ein einziger ist übrig, ey. Warum? Ich hab's sollen. Ich wusste, was ist das so, damit war ich nicht gebaut, ehrlich. Ich hab' nicht in die Station. Dann wär' aber alles besser gekommen. Alles wär' besser gekommen. Wo dran liegt's? Du bist ja scheiße, ihr seid alle scheiße. Na, du hast doch nicht mehr viel in der Geduld, Scheißvieh. Du bist einmal nur mit dem Rassbind vor mir, der wär' tot. Aber ich glaube nie und immer, dass ich so weit komme, ey. Dann ist angegriffen, bleibt cool. Go wasp, go wasp. Go wasp. Go wasp. Ich hab Vertrauen in dir, wasp, wasp. Du bist meine letzte Chance. Du musst so zur scheiß Belgisch dazu kommen. Nein, 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 nein. Diese scheiß kleinen Mini-Sales-Mörder. Na, ich bin gleich tot. Nein. Keine Chance, ey. Die Dinger sind einfach zu langsam. Ich kann auch kein Zweiten Wiesel bauen, ne? Meine Energie-Station, ne, Basis-Station muss ich ganz alleine rumschlagen, ey. Da hast du siegen Fuß legen. Ach, schon hat sie bestimmt zwei Basis-Stationen, ey. Das schweckt so, ey. Schiss, Gott. Die haben zum Glück natürlich auch keine Energie, aber draußen sind die nervig. Ich glaub das nicht, ey. Ich glaub ich muss mich nur das Gebäude hätten verstecken, ey, was da ist. Das wird trotzdem nichts. Ich bin des Todes. Ich bin des Todes. Ja, mein Sektor. Kein Feindlicher, mein Sektor. Kein Feindlicher, aber stärkerer Panzer. Stürzlupenner. Nein, wir treffen die nicht immer. Oder treffen die doch. Keine Ahnung. Jetzt geht mir nur um diese Schäfer der Basis-Station. Die hat doch keine Energie mehr, die will doch sterben. Feindliche, feindliche Truppen, euch realisiert. Das ist doch kein Ei. Feindliche Stationen gesichtet. No. Toll. Ein Schuss hat getroffen. Ich glaub das nicht, ey. Ich komm auch nicht mit nichts hin, ey. Oh Gott, ey. Der Wormer ist einfach viel zu... Ich will nicht mehr. Ich will nur, dass sie sterben. Diese Scheißchen mit den kleinen Mikro-Figern, ey. Die gehen mir auf den Sack, ey. Hab, ich brauch Energie. Ja, das glaub ich nicht, ey. Gott, ey. Die sehen dich noch so tot. Keine Chance, ey. Keine Chance von diesen Wechsen, ey. Gott, du kannst gar nichts machen, ey. Was soll ich hier machen, ey? Ich bin sofort instant tot. Egal, was ich denn fliege. Ey, ich hab's ja fast nur mit dem Wormer Schorn gesehen. Mit dem Rino. Da musst du dich treffen, aber da muss ich freies Feld haben. Aber so weit kann ich nicht schießen, leider. Oh, nö. Dumm, tut mir. Scheiß Leuchtenviecher, ey. Scheiß Viecher, ey. Ah, und tot. Ja, scheiß Kackviecher. Warhammer, ich brauch ein Warhammer. Gib mein Warhammer, sofort. Und ich dachte, die Mission wird kurz. Scheiß, ey. Die machen sich bestimmt auch sofort tot. Den spawn ich dann da hinten. Los. Go. Go. Oh Gott, ey. In den 10 Jahren gespart für das Scheiß-Dingy. Na dann mal los hier. Ich hoffe, dass er nicht für mich wieder mit einem instant tot macht, ey. Ihr Bigs-Fan-Ein. Setze Kurs auf Boogie. Tot. 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 Einen einzigen, dann schaffen die nicht, ey. Tot. 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 Ja. Ein Schuss trifft, ey. Muss ich durch, hier. So noch mehr von denen. Oh man, die treffen trotzdem, ey. Was ist denn, was wir scheißuhren sollen, ey? Meine Fresse, ey. Mein Gott, langsam wird hier richtig wütend, ey. Gott, ey. Der Scheiß so gar, ey. Ein kleines Pissing. Gott, ey. Die sind so nervig mit Augen, genau wie die Serbs, ey. Da sind die Serbs noch kleiner und noch schneller und noch schwäcker. Meine Fröße, das kann doch nicht angehen, ey. Scheiß Basisstationen, die keine Energie mehr hat. Oh, Mann. Ah, Gott, ey. Warum töte mich der Scheiß wie immer in Szenen, ey. Das kann nicht angehen, ey. Na, natürlich gehen sie wieder direkt auf mich. Die Basisstationen sind auf einmal scheißegal, ey. Nur mich, ich bin interessant, ey. Scheiß Fairfly. Hallo, Scheiß, wie, ey. Fahrt doch alle zur Hölle. Fahrt doch alle zur Hölle. Oh, muss ich auch so weit fliegen? Na. Na, wisst ihr, was ich hier noch machen soll? Wie gesagt, in Rhinokommit nicht hin. So weit schießen. Ihr könnt zwar weit schießen, aber nicht so weit schießen. Das Scheiß, wie... Bist du fast tot, ey. Oh, los. Bist du keine Energie mehr? Äh. Du sollst sterben. Oh, kleiner Motherfucker. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch. Oh, Gott, ey. Leck mich am Arsch, ey. Na, kommt doch einmal mit eurer Scheiß-Fuhre an, wenn wir den kleinen Piss-Fiecher nehmen. Scheiß, wie, ey. Die warten schon auf mich, ey. Öh, der kommt bestimmt gleich wieder mit dem Firefly. Den will ich uns zerstören. Doch, nee. Kack, wie, ey. Die sind auch schön gegen die geflogen, ey. Meine, das ist, ey. Willkommen an Bord. Ah, ich hab genug Fireflies für euch. Und quere. Beschäftige feindliche Bandits. Nein. Hau ab. Meine Sektoren. Ne. Komm her, du scheiß, passen Stationen. Helisch war droht, benötigt Rückendeckung. Von feindlicher Station gesicht. Ah, fuck. Aber ein paar Schüsse treppen. Du hörst dich scheiß an. Du hörst dich scheiß an. Helisch war. Willkommen an Bord. Mehr Sektoren. Mehr Sektoren. Meine Sektoren. Hunde den eigenen. Meine Fresse, ey. Energiestation wird angegeben. Ja, ja, ich weiß. Los, stirb. Der kann keine Energie mehr haben, ey. Hab ich mich weit nach hinten geschleudert und haben sie nämlich nur noch eine einzige Energie-Station, äh, Basis-Station, die hier hinten ist. Wo ich glaub, die steht hier nur noch zu deco da. Hm, das ist ja auch kein Gewinn dann. Mhm. Deko-Basis-Station. Ich muss aber Wesen irgendwas erreichen hier. Ah, fuck, ey. Wieso, mit Rino komm ich nicht hin, ey. Wo war Hammer? Wo war Hammer? Los. Oh, mein Gott, ey. Oh, was, warum Hammer? Oh, mein Gott, ey. Scheiße, ich gehe. Na. Angriff. Endlich. Kleiner Penner, ey. Mit Energie, du Penner, ey. Hm. 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 Scheiße, ich gehe. Können mich allemal. Schluckt meine, 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 meine Superverfolgereinheiten. Ah, selbst hier kommt nicht hier, ey. Genau, wo seid ihr? Ich nehme dir eine scheiße Energie-Station weg, die fixe, ey. Angriff. Angriff. Nein. Nein. Mayday, Mayday. Toll, so weit müsste ich. Ey, Gott, das ist ja Horror. Ja, dann bring doch noch rum, mein Gott, ey. Was machst du denn da? Ich habe keine Energie-Station mehr. Scheiße, ey. Jetzt habe ich genauso viel für, um eine zu bauen. Penner, ey. Schwein gehabt, ey. Er war richtig Schwein. Energie-Station online. Scheiße, was ist, ey. Scheiße, wohnen so, ey. Boah, du rückst mich richtig auf, ey. Er war tierisch. Der ist mal meine Energie-Station, ey. Keine Probleme. Ja, ich muss die ganzen Sektoren wieder einnehmen, ey. Und hoffen, dass der wieder nicht die einnimmt. Teufel geredet. Na, hier, kommen doch die ganzen Idioten wieder. Nein, das sind meine Sektoren, meine Sektoren, meine Sektoren. Ich brauche Energie, verdammt. Ist mir egal. Ich überlebe es. No. 102 guter Energieausstoß ja ich muss mir gleich eine Dingsbord eine Luftwärmstellung viel bessere Chancen ich habe ja schon einen Ausschuss von 108 1300 kostet mich eine Luftwärmstellung 1300 300 wir müssen noch den Boden ballern damit ihr es nicht so leicht habt nein, nein, gib doch mal Gas neue Karre nein, schneller nein toll dieser scheiß Leuchtviech hast einen Sektor eingenommen, hast es gut gemacht es wurde zurück eingenommen hau ab beide Sektoren meine Sektoren macht Selbstmord ist mir scheißegal ich muss dafür nur ein paar mal auf dem Boden ballern solange ewig nicht nervt der ja hier, hier nimm sie wieder meine Sektoren weg ja, 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 immer meine ja, ich muss wieder in Warn verschnappen um zur Basisstation zu kommen ansonsten wird das hier nichts ja basis station energie station und 28 100 prozent jaja hallo hallo verstellung ich hab wieder eine luftabstellung es ist wieder soweit jetzt muss ich noch ein bisschen sparen und mir eine zweite bauen damit ich gut geschützt luftabstellung ich fühl mich wieder sicher ich hab wieder eine luftabstellung 113 in der liegeausstoß im back once again na was war das ich brauche für die wir haben nicht lange ich spiel jetzt schon 30 minuten sechster gemacht das ist so zetrig hier ist hallo die die einheit ist gut ich würde sagen wie weit komme ich damit ein komme ich damit ein sektor ja damit schaffe ich einen sektor sehr gut jetzt heißt es mal wieder das wartespielchen spielen bis ich wieder 1.300 hat eine jungen euro la 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 ich hasse die sogar diese kleinen mother fucker wir haben zum glück verfolgen nicht gut die scheiß dinge wenn ich zwei habe dann bin ich gut gerüstet dann 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 kann ich wollen wir bauen oder keine ahnung wo haben wir es eigentlich der schnitzel fliegende fieber sicher also alles gut mal warten wir bis der erste hier abhaut luftabstellung luftabstellung und wieder nach hinten noch einmal fly fly dann geht es mal los ja da muss ich zur station wo ich schnitten war und die aber lange weil ich weiß das gerade gar nicht auf die auch welche bauen kann bestimmt vielleicht ich merke schon dass er weniger schickt es ist gut wir drücken ihn zurück kleinen wichser hm wichser hähne wichser eine kugel für dich sektor eine kugel für dich sektor und eine kugel für dich sektor was macht er hier grad hier ne steht er grad keine ahnung guck mal das ist doch wieder freund von uns ich quäle feindlichen sektoren na 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 meine sektoren meine sektoren meine sektoren ihr braucht keine sektoren du ich brauchst sektoren es ist noch ein für einen platz auf diesem planeten das würde ich woche von feindlicher station gesichtet trotzdem trifft die scheiß bis hier das heißt war auch am attack monster teile ich muss die maps schaffen ich brauch den scheiß rino für die anderen maps er hat selbst noch schon begangen hier hallo bringe gar nichts hier mein räumer macht alles platt na traut sie noch wer jemand schuss schuss oh komm sie wieder viel geplündert viel geplündert ja weil die trotzdem so manche treppen entretter heise zone eine station was macht ihr jetzt umheulen setzte kurs auf boogie ist ja noch eine station oder was äh basis station er bittet sofortige feuer unterstützung stimmt fliegt noch weiter oh ist noch eine die station schrecklich kaputt kaputt na gehören die noch mir die gehören die gehören die gehören die gehört mir und die gehören ja stopp aaa ist das stopp aber ich setze ich da bestimmt nicht drauf ich bin tot wenn ich da mich darauf packen na na habe ich schon mal gute arbeit geleistet mit schlötter die war immer aber irgendwie haben die alle meine sektoren wie gar nicht nämlich meine sektoren zurückgeholt sondern die eine gehört mir noch nicht mehr also die ist eine situation hinten energie station verdammt die zieht mir jetzt so viel ich muss mich jetzt die ganze energie zu spüren hier der ist mein warheimer hier der eigentlich nicht dafür geeignet ist besonderlich gut getreten der heise zone so jetzt kommen jetzt mal die hat die folgen gehen mhm bock ziel geplündert hau und dörg auf feindliche station ansetzen lufteinheit erbittet die station haubert oh gott hey leider lässt sich das ding so scheiße steuern mhm das ist die kaputt scheiß die station das geh schrott 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 weiter gehts gedreht der heise zone das war doch gut hier auf der nächsten energie station haha die da auch so dumm gebaut dass ich die schönen aberlangen kann naaa da stehst du ja gar keine einheiten mehr was denn los setze kurs auf boogie energie station erhofer oh nicht gut ist aber irgendwie klar schlecht eh warhammer warhammer ja meine einzelnen warhammer killn ihn eh ich treib ihn in die enge ich treib ihn in die enge der kleine wichser hat keinen chance energie station verloren oh mui wollen scheißdingig der weite wiki eh zum glück ist das ding fast so schnell wie ein scout eh ich bin dass wir auch müssen wir noch überlegen wiesemblait soll ich die scheisse basisstation vorgeben möglich war ich mache auch mit warhammer vielleicht machst du den reino dass heißt immer eine kleine wiesel an mir nach vorne schicken soweit verteidigung und eben dann den drehmodus schicken naja trifft mich genau ich wollte nur die station es wird 20 kilometer fliegen ich konnte sagen hätte ich mich doch auf eine gestürzung packen sondern wird schlecht wäre wenn man den technologie sektor abballern würde also den ganzen sektor was daraus steht dass man dann die technologie verlieren würde das wäre richtig schlecht so weit wie sich schlecht aber zum glück ist das ja nicht so nur multiplieren hallo hallo du nicht abgebildet hast du bist so los jetzt kriegst du einen auf die hauble du scheiß fixer das ist die station weil sie und müssen wir noch einmal stamm und doch mal in die stadt und musste aber zerstören der zeit kriegt er selbst in der langsamen energie kriegt der krieg noch energie das das schlimmste also was heißt das ganz oben gehen und einfach nur fliegen ganz oben, das glaube ich jetzt nicht und fliegen und fliegen nur fliegen ist schöner über den wolken dum 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 muss der schinken so schmackhaft sein schön gebraten schön mit soße anders kann es nicht sein naja, scheiße, wie kommen die nicht hinterher immer umbleiben, immer schön umbleiben immer schön umbleiben habe ich gesagt das ist die Basisstation ja genau die trifft trotzdem kleiner wix ey was jetzt muss das andere Ding weg kommen los Basisstation energiestation zeig dich woher kommt die denn da ist die da ist die dachte ich kann sie einfach landen na sie ist fast tot und wieder Warhammer ich liebe sie na langsam kriege ich sie tot so langsam ich dachte ich würde das wenigstens schnellen kriegen ich hatte ja schon alles gut gemacht schon geplant mit der Foxes dann hatte ich meinen Rhino und dann habe ich nicht getroffen ey scheiße ey nur deswegen ey 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 wir können sie auch haben warte ich du kannst was haben ja genau dieser Penner trifft auch noch dieser scheiß Uhrensohn mit einem kleinen pissigen Drecksbürger mal ne scheiß wie gar nicht toll wie soll ich jetzt an einen Basisstation Randwehrfährer wegkommen trifft mich doch immer ne wixer oh ah siehste deswegen die triffts immer ey dieses pissvieh ey god ey nur diese scheiß Glühwein immer mich treffen ey pissglühwein immer ey nur diese anderen Viecher diese Quader Aliens oder was da noch sind ey scheiß ich ey ich hasse die so gar nicht ich weiß gar nicht haben wir irgendwie irgendeine Schwäche ey eigentlich nur Panzer wenn man es so will nur hat sich hier durch rauscht gottabräuche ich ja zehn Jahre ey und die Schätzbasisstation macht eh one kill deswegen muss ich ja diejenigen die Station zerstören dann mach ich mal meine Panzer fahr vor mit meinem Rhino und dann mach ich eben RÖMM sondern ist er tot aber dafür muss ich erstmal die Schätzchen Energiestation zerstören nix ey setze Kurs auf Boogie hallo hallo ha und Dörg auf feindliche Station ansetzen naja immer getroffen ich weiß scheißvieh da du scheiß Energiestation ey ich hab die Schnauze voll von dir jetzt ist schluss mit lustig kommt sie gleich kommt sie gleich kommt sie hätte ich noch nie wie du getreten heise zone da wisst ihr was ich jetzt mal mache hehehe Jaguars kommen ja bring dich rum sehr gut gemacht Mein Gott erforderlich! Dreh ab! Ja, mit dem Jaguar habe ich überhaupt keine Chance hinzukommen, ey. Ich schau mich hier nur einmal krumm an und ich bin tot. Ja, dann fahrt mal durch und guck mal, wie weit ihr kommt. Krumm. So. Und kommt dann zu mir. Dreh ab! Transporter geöffnet. Go Jaguars, Go Jaguars. Ich schau mir wieder den Hammer. Hammer! Hammer! Das ist mir schon ein guter Dienst hier geleistet. Ich schalte, kriege ich nämlich den Dings hier. Ich könnte das auch einfach abbauen. Und die ignorieren, aber nein. Das lässt meine Ehre nicht zu. Musik zerstört. Meine Ehre? Meine Ehre? Scheiß, Penny. Jetzt hab ich am dauernd bewallert und mich abgeschossen. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, Upenner. Das war keine Energiestation mehr. Und nur noch ein einziges Vieh. Und wahrscheinlich saugst du dich jetzt noch tot und machst ein paar Glühwürmchen. Aber egal. Du musst sterben. Du musst. Bussprinzip. Musst du sterben. Na dann, lutsch mal hier dran, du Wichser. Transpondergähn. Der muss hier gleich kommen. Und doch auf weichlich in Station ansetzen. Lubsanhalt erfittet. Sofortige Feuerunterstützung. Hallo. made it, made it, made it. Ich fahre meine Panzer immer noch. Oh, die fahren immer noch. Wieder oben. Das schlägt dich. Weißt, was ich auch machen kann? Fox, 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 Fox. Fox-Armee. Geh mal da längs. Wo ist Fox-Armee? Fox-Armee, guck, Fox-Armee. Ihr habt einen weiten Weg vor euch. Oh, hier macht er schon. Okay. Ein Panzer. Vielleicht kann ich mir den zweiten Panzer bauen. Ja, neue Befehle sind hier. Glieder durch einen. Na, ist das geil. Wie ist das auf Rumballan, ey? Ich krieg die nicht tot, aber die haben keine Schmerzen der BD. Na dann, hier, dann sind die Scheißviecher. Los. Nach da. Ach nee. Toll. Ich muss warten, bis ich an die Geerzeuge. Geht doch aus. Viele Einheiten, nee, das dauert ja Ewigkeiten. Deswegen, los, fahrt die Scheißviecher. Die biebe ich mich gleich nach hinten und dann... Scheiß drauf. Ich hab mir keine Feinde mehr hier. Ja, ja, ich hab's verstanden. Ja. Ja. Fox, 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 fox. Mach ich mal schön, wenn ich die Dicks kaputte. Das bin ich doch da hin. Ich sollte nicht... Weinen um meine Fresse. Auch nicht. Nein, du sollst nicht da hin. Ihr sollt... Nein, verdammt. Zum Scheißviecher. Eingabe erforderlich? Hier ist meine Eingabe. Energieversorgung der Basisstation kritisch. Die geht so gut. Das Problem. Erst gleich voll. Und wieder weg. Tschüss. Nur damit ihr betrifft die Fresse hält. 200. Na komm, wandelt die Fresse 300. 300, komm. Nein, okay. Scheiße, wandelt die Fresse. Ja, hier haben sie einen Scheißpanzer. Ach gut. Was sind das? Sind das die... Ja, das sind die Jaguar. Äh, man macht denn hier Scheiß langsamen Pissviecher, ey. Stimmt, sind wir sonst dumm und fahren gegen die Energiestation, die hier hinten ist. Hof... Äh... Dumm. Oh mein Gott, ey. Aber ich bin froh. Wir haben jetzt sehr gute, gute, gute Sachen. Boah, Hammer. Haben wir ja schon gesehen, was der so kann, ne? Der mal raudern, der ist ja mal... Mal gucken, ob der noch in die kommt. Aber wir haben den Rino. Den guten, guten Rino. Ah, ich fühl mich gut. Vielleicht haben wir jetzt auch eine Chance an dieser einkommischen Map, wo wir das letzte Mal verloren haben. Whitefield! Ich kann mich da irgendwie an so einer Atombombe erinnern und irgendwie, dass wir in der Mitte der Map waren und uns alle angegriffen haben. Oh Gott, gut. Das mache ich dann, wenn wir die Map nochmal spielen. Ich bin mich irgendwo rechts hin und hau mich da auf und, ja, okay, mit dem Moin mal los. Den guten Moin mal. Ich liebe den Moin mal. Hab ich schon gesagt. Moin mit Moin mal. Moin mal, Moin mal, Moin mal. Was macht ihr da hinten eigentlich, ey? Können wir hier richtig nacken, oder so, ey? Scheißding, ey. Ja, Lechtepanzer online. Freut euch mal. Seid so dumm, ey. So, es bewegt dich hier runter. Und, hab ich gesagt. Oh, ihr seid so dumm. So, das macht das Scheißding kaputt. Gibst du ab? Ich glaube, ja. Habort. Habort. Geh, habort. Mein Gott, ey, blöder Scheißstein. Ich muss die schon manuell rausmanövrieren, weil die so dumm sind, ey. Da fehlt's noch, du, Idiot. Sie haben die Steuerung. Ich bin dumm. Äh. Darf ich hier links zu fahren? Nein. Na, ich weiß, wie du fahren musst. Willkommen daheim. So, ist der Kacktransport auch mal voll. Ja, fast. Wenn die reinfahren, dann bin ich fertig. Transporter geöffnet. Oh, das ist eh voll. So, ihr könnt mich mal. Ihr dauert mir zu lange. Ich hau ab, ey. Kack, meh, ey. Du wirst des Todes, meh. Scheiß, meh. Und das sollte kurz sein. 50 Minuten. Oh Gott, seht euch die Skizärge hier an, ey. Ist der kleine Pissmehweh. Ganze Zeit noch geprügelt da vorne. Ganze Zeit. Ich hab mir ja gleich den Ried geholt. Oh Gott, ich bin jetzt mal 18 Minuten. Rums, 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 rums. Naja, das meiste kommt alles von denen da oben. Das sieht man ja gerade, ne? Das er erstellt. Er erstellt auch gerade ein bisschen. Und gleich macht er wahrscheinlich nichts mehr. Noch erstellter, noch erstellter, noch erstellter. Und hört auf. Jetzt bin ich einmal ruhig gerauscht. Ah, hab dann halt auch aufgehört, als nachdem ich die ganzen Energiestationen angegriffen hab. Interessant. Das war's. Dumme Map. Gut, das war's. Wir haben Teer und Blackie bekommen. Oh nein, nein. Das ist ein Black Sex. Nein, schlimmer geht's nicht. Oh Gott, ey. Ich habe ja gesagt, die Maps werden länger gehen nachher. Und das tun sie jetzt. Aber wir spielen jetzt mal Whitefield. Die Map müssen wir ja jetzt schaffen. Na gut. Dann sag ich mal, leb wohl, Leute. Bei dem... Scheiß gerade. Leb wohl. Leb wohl. Leb wohl. Das ist, was der eine gute Stacions. Das ist, was der eine Idee. Vielen Dank.